Hi Leute, hier ist wieder Blacky und wir laufen weiter, Zelda daher, raus aus dem Schloss. Yeah, also raus aus Gernandau-Schloss. Und ja, gleich sind wir da. Es ist nur noch ein ganz kleines bisschen, aua, aua, das kotzt mich so an, immer wenn wir Schaden bekommen, dann bleibt Zelda stehen. Und das ist scheiße. So, ich kann eigentlich schon wieder die Lederstiefel nehmen. So, alles klar. Und raus mit uns. Yeah. Okay Leute, der Turm ist kaputt, der Turm ist kaputt. Da fällt mir gerade so ein lustiger Witz ein, aber naja, ist egal. Wuh. Leute, das sieht voll lustig aus, wie es so kaputt geht. Wie alles irgendwie umkippt und so. Schon geil. Ach, voll toll. Ich liebe dieses Spiel, ey, das ist so toll. Auch wenn Master Quest schwer war. Ja, schwer war es, Leute. Ihr habt es ja selber gesehen, denke ich mal. Ihr habt schließlich mein Let's Play mitverfolgt. Und das finde ich auch voll toll, dass ihr euch das alles angeguckt habt und mich ertragen wolltet. Und ja, uns trennen nur noch zwei oder drei Videos vom Ende. Und ja, genießt diese letzten paar Videos. Denn wenn das Let's Play vorbei ist, dann ist es vorbei. Leider. Leider, leider, leider. Also, es macht wirklich voll Spaß zu Let's Playen, Leute. Ist echt toll. Yeah, und da ist jetzt, da sind jetzt die letzten Trümmer. Vom Schloss. Es ist vorüber. Alles. Ja. Hoho. Wie sie sich freuen. Oh, das ist doch toll. Link, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Aber wisst ihr was? So wie Link gerade gegrinst hat. Der hat mich vor allem an den Looks like Link erinnert. Wow, lol. Nicht schlecht. Aber jetzt geht's los. Haha, ich kann rumrennen. Uh. Jetzt geht's los. It's burning. Wah. Hahaha. Ganondorf kommt wieder. Ja, Mann. Ah. Jetzt wird Ganondorf richtig geil. Und das meine ich ernst. Boom. Hallo. Ganon. Wow. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Kampf. Und Schwert ist weg. Scheiße. Lol. Ne, ich mach das schon. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Wow. Ja, Mann. Der Kampf ist episch. Das sag ich euch. So. Erstmal schnell wieder das Bigeronschwert ausrüsten. Okay, was ist hier gerade für ein Fehler? Keine Ahnung. Ist mir egal. Äh. Ja. Äh. Fire. Und da haben wir seinen Schwanz. Wow. Und nochmal. Wow. Scheiße. Wow. Ah. What the fuck are you doing? Mach keinen Scheiß. Wow. Scheiße. Hat er mich erwischt. Aber ich hab ihn erwischt. Ha. Ha. Aua. Kage. Der Typ hat keine Chance gegen mich. Schon mal aufgefallen? Wow. Wow. Und sprung. Yeah. Das ist doch voll cool. Wow. Scheiße. Jetzt hat er mich erwischt. Oh, Mann. Verpiss dich. Ha. Oh. Noch ein Treffer. Nein. Oh. Das war mir so klar, dass der mich jetzt trifft. Aber ich hab ihn wieder getroffen. Oh. Der hat viel Energie, ey. Selbst das Bigorun-Schwert braucht etliche Schläge. Das ist richtig Hammer. Ja. Los. Dreh dich um. Wow. Ach du Kacke. Oh. Wie viele noch? Wow. Und nochmal. Ja. Juhu. Wow. Link. Das Master-Schwert. Es ist hier. Schnell. Lauf, 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 lauf. Wow. Schlag. Okay, Leute. Und ich will richtig siegen. Also kämpfe ich jetzt mit dem Master-Schwert weiter. Auch wenn das jetzt noch ein bisschen dauern würde. Aber. Ist ja egal. Ich will's. Ah. Jetzt geht der Kerr richtig ab. Warte mal. So. Peng. Und. Attacke. Boah. Scheiße. Oh, der ist jetzt unfair, ey. Ja, los. Penner. Oh, Mann. Muss ich ihn erst abschießen. Ah. Attacke. Aua. Ey, Leute. Mir fällt auf, ich bin bald tot, wa? Oh. Penner. Oh, ein Angriff. Oh, jetzt sei er irgendwann mal tot. Aber doch, ohne Lichtpfeile wäre ich jetzt ziemlich aufgeschmissen. Ja. Okay. Er wird sterben. Yeah. Zelda in Action. Ich versuche gerne mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Oder so. Okay. Jetzt kommt der alles entscheidende Todesstoß. Bling. Glitzer, glitzer. Boah. 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 Und Attacke. Peng. 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 Yeah. Volltreffer. Ach, ist das geil. Ho, 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 ho. Oh, ihr sechs Waisen. Es ist soweit. Sendet eure Kraft. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Äh. Ich muss irgendwie mitten im Film stoppen oder so, weil ich keine Ahnung habe, wie ich Filme schneiden soll. Das ist doch schlimm. Oh, dann muss ich einfach irgendwie, irgendwie schaffe ich das. Ihr Erschaffer Hyrule. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur zu des Bösen in den Abgrund der Hölle. Ho, 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 ho. Na los, dann mach mal. Uh. Down here und Ruto. Und Ruto war schon wieder körperlos. Habt ihr das gesehen? Zalya. Zalya, Zalya, Zalya. Da ist schon wieder kopflos. Das ist doch so hohl, ey. Oh, das sieht doch richtig geil aus, oder? Also, ich persönlich finde, dass es richtig geil aussieht. Das ist echt einsame Spitter. Uh. Yeah. Okay. Was jetzt? Du... Du... Ach ja. Du... Widerlicher. Ich... verfluche dich. Zelda. Ich verfluche euch, ihr Waisen. Toll. Viel Spaß. Ich verfluche dich, Link. Eines Tages werde ich dieses Segel brechen. Und dann habe ich nicht mehr so ein hässliches Gesicht. Dann werde ich eure Nachfahren ausrolischen. Oder so. Ja, der sieht voll lustig aus irgendwie. Irgendwie so, ne? Irgendwie voll lustig irgendwie. Lulz. No, no, no. Solange das Fragment der Kraft... Achso. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist... Bist du hässlich? Tch. Lol. Ja! Wolken! Wir sind im Himmel. Wir sind Engel. Wir sind Engel im Himmel. Woo! Na, na, na. Hm, hm, hm. Danke, Link. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich. Für alle Zeiten. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fernisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Jo, Leute. Und... Bevor, äh, also bevor ich hier weitermache, mache ich das Video hier beenden so und fange mit dem nächsten Video an. Jo, dann sag ich mal. Bis gleich, Leute!